Bist du mutig genug? Alleine wirst du verloren sein. Die Zeit ist gekommen, das Geheimnis zu erfahren, wieso sie verschwinden und wohin sie gehen. Immer wieder verschwinden Menschen. Unterstützen Sie unser innovatives Team. Ich würde mich gerne für die Anti-Schlappig-Force bewerben. Ich habe gehört, ihr sucht Leute und ich bin eine. Nehmt mich denn einmal genommen, immer gewonnen. Ich bin der Richtige für den Job, weil ich einfach nur geil bin. Und deswegen bin ich voll die Gute und Perfekte dafür. Werden Sie Rekrut bei der ASF. Schlachthaus Schlappig. In der neuen Kulturkuppel. Infos unter allesnurtheater.de In 3D